F9 und mal gucken. So, wo hast du das genau gerade abgeschnitten? Also die Kante erkennt man eigentlich hier recht gut. Das hier alles, ja. Also ich repariere hier mal so, dass man die Kante besser sieht. So. 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 So, wie nicht sieht das vom Schaden her nicht mehr so grausam aus. So, müsste das da gewesen sein? Ja. Das auch noch hier alles, ja? Ja gut, der einen Block hier. Ja. So. Du weißt, was wir gleich mal machen? Ähm. Weil das hier gefällt mir nicht. Das machen wir hier gleich mal zu. Weil wenn wir einen Hangar wollen, dann ist das hier nicht das richtige. Achso, genau. Du baust und ich schweiße schnell. Ja. Okay. Ich muss mir mal drehen. Ich versuch da mal das Schiff so weit wie möglich auch hier erstmal zu, äh, wieder herzustellen quasi. Restourieren, ja. Doch war wirklich nicht. Ja, irgendwie so. Ja. Welter wird gespeichert. 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 Okay. Gut, dann muss ich hier oben ein bisschen mehr verrühren. Ah ja, hab ich ja speichern auf, doch fünf Minuten. Doch. Ja, guck mal. Hier steht sogar wer das gebaut hat. Bild bei Wodka. Ja. Ja. So, jetzt haben wir nachher ein Alkoholschiff hier. Ja, mein Gott, nur weil es ein bisschen schief liegt. Hast du was getrunken? Ja. Boah, das Teil hat hier oben ganz schöne Schäden eingesteckt. Da hab ich noch gar nicht gesehen. Boah. Zumindest ist es nach hier schon mal fest. Oh, hier. Oh. 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 Oh, das ist das einzige passende geworden. Ja. Wie geht ein wenig die Energie aus, sehe ich gerade. Oh, ich hab 9. Ich hab 12. Wo muss ich die aufladen? 8. ich kenne das schiff zwar nicht aber hey wie kann man damit gehen wenn du irgendwo dran bist dann drückt dann aktiviert sich automatisch in der medizinstation kann sich komplett aufladen wie mache ich also nur erstmal okay ich drücke auf ok hat es nicht gebracht wieso du musst da links an der seite links an der seite kann ich nicht ran hey jetzt führt ja gerade alles auf was man muss einfach nur drauf auf dem computer oder was ja du musst gedrückt halten auf den ja ok ach du scheiße ja das ist schon kompliziert das glaube ich auch an der wand dd beim rauslaufen er hat na gut ist auch gut zu wissen weil ich habe das wie gesagt noch nie auf dings gespielt hier ja klar aber nur bauen du musst mir alles sagen ich kenne mich mit dem spiel 0,0 prozent aus irgendwie angeblich 250er ping nähtst du noch hoch ja ja ok ja ich krieg das jetzt halt hier mit voller ladung beim finger jetzt echt ja ich habe einen 250er wo sieht man das dass er sagt er gibt mir eine warnung dass ich über 250er bin kann man hier nicht irgendwie mit irgendeiner taste auch sehen wer hier alles drin ist auf dem server weiss ich nicht welches war keine ahnung ja auf alle fälle spammt er mich jetzt damit zu dass meine verbindung scheiße beziehungsweise deine verbindung scheiße ist ja warte ich geh mal schon auf den desktop nochmal stop 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 upload abbrechen so huch bin ja direkt wieder im spiel drin gut upload abgebrochen ja jetzt sagt er auch nichts mehr ja dings hat er auch jetzt oh die tür knallt jetzt na knallt die tür und bumm sie benötigen eine stahlplatte auf der 3 hast du den bohrer ne ja genau wenn ich wenn ich mich jetzt nicht irre hier ist eisen dieses ganze eisenfarbene zeug genau das musst du einsammeln ach du scheiße das fliegt ja weg ja musst du auch reinsammeln heilige scheiße ich drück doch schon f ich kann das hier aufsammeln dann ist ein inventar ist ein inventar von nein dann ist es vielleicht zu schnell für dich das ist ja scheiße dass es so weg fliegt ich meine klar ist realistisch logisch aber ok kann man irgendwie so ein auffangbehälter bauen ja wenn wir später gravitationsgeneratoren haben können wir dann einfach ein schiff bauen ein gravitationsgenerator also ein gravitationsfeld erschaffen und dann quasi das in den behälter fallen lassen ach gut für den anfang musst du allerdings dich einfach tief reinbohren irgendwann kann es nicht mehr groß runter fallen hä wie ich brauche immer nur stahlplatte ich habe doch ein abgebaut ja du hast jetzt eisen du hast jetzt kein stahlplatte toll komm mal mit ich weiß nicht ob das schiff alles oh ich bin gleich überladen ich bin gleich voll ja dann komm mal mit ich bin jetzt im schiff wieder drin aber wo bist du ich bin auch im schiff ah weißt du was ich mal ganz kurz machen ne ach inventar drück mal i drück mal i ja ich habe 8 tonne eisenärzte dabei 8 tonne ja echt tonnen ja 8808 kilo 8,81 tonne ernsthaft ja ok das ist ein bisschen overkill ne ja oh ist das dunkel was ist denn jetzt los ich glaube da müssen wir das vielleicht beim nächsten mal doch wieder ändern weil das ist ein bisschen overkill ich habe kurz ne äh etwas erstellt unter fraktionen oder wie das auch immer bei dir heißt da kannst du mal kurz annehmen dann wirst du mir nicht mehr als feindlich angezeigt und dann geht das bei ihr drücken und dann ist da oben irgendwo Faktion Space Piraten oder Facts ja welches mal ja beitreten jetzt würde mich mal ganz kurz interessieren dieser scheiß Assembler ist der hier drin ah hier oben hier oben hier oben haben wir Zugriff auf die Sachen das Eisen tust du in einen Assembler oder Herstellungsmaschine das hier oder was ne ne hier sollte wenn du runter scrollst jetzt da sollte irgendwo äh Herstellungen so Hersteller oder sowas stehen Reaktor, Montage, Masse Assembler hier Assembler Assembler ok da tust du das rein der ist aber der ist aber eigentlich ein Waren Symbol genau oder ne ach erst tust du es in die Refinery sorry du bist jetzt zuerst in die Refinery ja habe ich genau das wird normalerweise normalerweise verarbeitet allerdings haben wir glaube ich ah da kannst du auf Produktion gehen und dann kannst du da äh unter Komponenten Eisenplatten auswählen oder Stahlplatten die dann quasi herstellen lassen da sollten jetzt Stahlplatten hergestellt werden und wenn du später am System schaust ich hoffe das muss auch funktionieren die Frage die haben haben wir überhaupt Energie irgendwo ich hatte gerade Stahlplatten mitgenommen ja ja da war ich habe doch mitgenommen aber irgendwie die Frage haben wir Energie ne müssen eigentlich Energie haben ich verraten warum die nur nicht zerstören ich habe Eisenbahnen ja ach du hast die Eisenbahnen mitgenommen ja warum stellt er jetzt nicht her ja der hat aber Energie der hat aber er stellt halt nichts her ja na jetzt hm ok was ich gerade festgestellt habe ist dass die auf ausgestellt waren ok ich habe es jetzt angeschalten aber wie gesagt ich kenne mich mit dem Spiel hier 0% aus ja jetzt werden Stahlplatten hergestellt und zwar richtig schnell ok ok gut das soll jetzt laufen ich kann jetzt glaube ich noch nichts machen ne nicht groß muss kurz drauf warten ich kann wieder nichts machen wie sonst weiß ich nicht was willst du denn machen mich bewegen es geht nicht wow weil ich irgendwie auf X gekommen bin wie kann man denn auf X kommen wenn man hier ja du hast es gerade geschafft oja jetzt macht er hier aber wo macht er Stallplatten ach da 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 suche einfach oben nach Steelplate und dann kommen die engsten mal rein da das was du ins system tust er sucht sich die raffinerie von alleine raus ja hab ich macht dann du musst es nicht in die raffinerie packen das findet das schaleine ich habe platten ja ich repariere gerade das andere trieb weg für rückwärtsgang quasi ich sorge dafür dass wir das wieder hinsetzen kann ich muss nur ganz kurz überprüfen wie das hier drüben aussieht weil niemand will dass das jetzt hier unterschiedlich aussieht naja scheiß aus hab wir hier gerade was ja ein bisschen ja nur weil du einen starken CPU hast heißt das nicht dass du Space Engineer aber gut ich hab durchgehend 120 FPS das reicht ja ja hab ich auch das heißt doch nicht weißt du kaputte Sachen findest repariert oder mach ich Gott mal gut ok man erkennt sofort was repariert wurde und mach ich nicht jetzt echt? ja ja ne weil ähm da ja überall diese weißen Plecke sind anstatt der graue ne ach so ja stimmt ach du scheiße ja das Schiff färben wir später einfach um ja klar das ist ja jetzt nichts wichtiges ja das ist der truster der Ionen trust aber sonst hier ist nichts kaputt ne ich glaub soweit haben wir jetzt erstmal alle Schäden noch gefunden wird jetzt halt echt äh schwierig den zu reparieren äh in einen Kilometer Entfernung kommt grad irgendein Schiff zu uns warum kommst du uns? ja ach ne äh knall ihn ab mach ihn kaputt mach 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 fuck iiih dann muss ich hier erstmal ne Waffe auswählen äh eins hä ich hab doch grad ne Waffe reingepackt äh der schießt schon auf uns ich hab keine ahnung wie man hier ne Waffe auswählt ich kümmere mich um ihn ich zerleg ihn gerade ok die live verlegungsaktion die live verlegungsaktion haha ich glaub wir haben ihn da umgelegt er kann oder? kann er sich nicht drehen stehen? er kann sich nicht drehen ja ich mach die ganzen Duster kaputt aber wir lachen nicht drehen so waffe ist auch kaputt dann wird der jetzt wahrscheinlich abhauen ja dann haut's ab so wo ist denn unser Schiff eigentlich da unten ach du scheiße ich hab kaum noch ich hab ein Leben oh mein Gott dann geh dich heilen in der Station äh ja das war schon wieder ein kleiner Wegstar noch ja ach quats falsch rum flieg ich Captain Kevin Captain Kevin ist der jetzt Franzose geworden ist der jetzt Franzose geworden brauch ich nur achso ich muss doch gedrückt halten ja ich hab Munition von dem geklaut ne ja gut dann können wir später selbst ein Geschütz aufmachen und den von alleine abwehren ja da wo der herkommt gibt's noch mehr ich glaub mir die kommen so lange bis wir die Basis zu stellen dann dürfen wir die Basis noch nicht zu früh zerstören dass wir erstmal noch ein bisschen Dings haben ja die geben halt gute Ressourcen ja das Ding war ich wollte an den Programmierblock damit ich ihn quasi abschalten konnte aber ich bin nicht an den Block gekommen ja ich hätte ich hätte die Waffen früher waren die nämlich viel leichter erreichbar ja ich hätte die Waffen nicht gleich kaputt machen sollen ich hätte erstmal die Triebwerke alle kaputt machen sollen ja weil dann er haut ab sobald die Waffen nicht mehr funktionieren ja ich wollte erstmal alle Dings kaputt machen konntest du ja nicht wissen ne fürs nächste Mal wie viel Munition hab ich denn jetzt von denen 210 Kilo Munition ach wir können 4000 Liter mitnehmen ok doch das ist so wie es sein soll stimmt ok 4000? das geht aber ja ja Liter halt ne unabhängig von Gewicht ja wollte ich grad sagen stimmt ich sehs grad ja du musst ja bedenken du bist im Weltraum da ist Gewicht relativ ja relativ relativ ich lass einfach mal Stahlplatten herstellen ich hab durchgehend 120 FPS aber es leckt ne also es leckt nicht es stockt es hängt immer wieder genau ja aktuell geht also aktuell hab ich das nicht das ist immer beim Waffen wechseln oder sowas ok ich kümmere mich jetzt mal um das neue Design Metallabfall Metallabfall herstellungs Komponente Ach das ist kaputte Teile quasi so überbleibste von Metall ja äh äh das ist ne Stahlplatte doch die behalte ich erstmal ich versuch jetzt hier grad nur nochmal Triebwerk Komponente alles auch kaputt oder nicht Triebwerk Komponente ne Triebwerk Komponenten die brauchten wir weil wir haben ja ein Triebwerk das wir reparieren wollen gut also du kannst gleich zum Triebwerk gehen und da mal anfangen auf der anderen Seite ne auf der anderen Seite auf der anderen Seite